Sie sind Geschäftsführer bei Egger, seit wie lange? Also seit 2003. Seit 2003 und Sie sind gebürtiger Tiroler, nicht? Gebürtiger Tiroler und bin aber immer wieder, oder zum Beispiel, ich bin eigentlich ein Tiroler am Wochenende und ich bin aber in Niederösterreich während der ganzen Woche. Was verbindet Sie mit Niederösterreich? Niederösterreich ist für mich ganz ein wesentlicher Faktor in meinem Berufsleben und in meiner gesamten privaten Lebensgeschichte auch. Also ich lebe sehr gerne in Niederösterreich, ich arbeite natürlich mit sehr vielen Niederösterreichern zusammen und dieser Standort und dieses Bundesland ist auch ein Teil meines Lebens. Genau, da sind wir gleich beim Beruflichen. Egger hat ja einen Rekord an vier Produktionen im letzten Jahr, oder im laufenden Jahr eigentlich produziert. Wie viel, welche Summe kann man da nehmen? Ja, also wir sind wahnsinnig überrascht und wir sind ehrlich sehr, sehr stolz, was uns vorher in dieser Sommersaison gelungen ist. Wir haben zum Beispiel im Juli mehr als 22 Millionen Krügerl Bier verkauft, nur in einem Monat. Und das muss man sich auf der Zunge nicht mehr zu gehen lassen. 22 Millionen Krügerl heißt für uns natürlich Tag und Nacht arbeiten, um die Menge an Bier zu produzieren in höchster Qualität. Und da sind wir schon sehr, sehr stolz, dass wir eine fitte Mannschaft haben im Haus. Und das würde überhaupt nicht gehen, wenn man jetzt zuverlässige und tolle Mitarbeiter hat. Wobei der Markt ist ja da hier gespielt. Das ist ja nicht nur in Österreich, diese 22 Millionen. Aber wir haben mittlerweile, sind wir, sage ich einmal, in der Fußballsprache zu sprechen, von der Österreich League in die Champions League aufgestiegen. Also wir verkaufen unsere Produkte in ganz Europa. Und wir haben im Juli einen Exportland Level von fast 40 Prozent erreicht. Also wir verkaufen Produkte aus Unterradlberg, aus Niederösterreich, ich sage einmal in ganz Europa. Und das bedarf schon einer großen Herausforderung. In der Pressekonferenz, die vorher stattgefunden hat, haben Sie auch gesagt, dass 80.000 Dosen in der Stunde produziert wurden. Das heißt, das ist aber nur in einem gewissen Zeitraum. Oder ist das über das ganze Jahr zu rechnen? Nein, das ist natürlich jetzt einmal die Höchstleistung. Und das sind die stärksten Monate, wo wir in Dreischichtbetrieb 80.000 Dosen in der Stunde auf zwei Anlagen produzieren. Und da kommt aber dann noch die Flaschenanlage dazu. Also wir haben ja dann noch 30.000 Flaschen pro Stunde. Und diese Kapazität muss man haben, um überhaupt einmal 22 Millionen Krügel im Monat herzustellen, beziehungsweise abzufüllen. Wir haben da natürlich auch Zeiten, wie in den Winterzeiten, wo das natürlich deutlich gering ist. Das heißt, das schafft man nur mit einer modernen Anlage und mit einer motivierten Mannschaft. Das geht beides in einem her. Also das heißt, man braucht modernste Brautechnik, man braucht modernstes Zutthaus. Und wir sind mittlerweile einer der modernsten Braustätten von ganz Europa. Und das natürlich in Verbindung mit einer guten Mannschaft. Und dann schafft man solche Ergebnisse. Es gab ja auch eine große Investition in den letzten Jahren. Eine gesamte Investition in welcher Höhe ist da zu nennen? Wir haben in den letzten fünf Jahren alleine mehr als 60 Millionen Euro hier in St. Pölten investiert. Und das schafft einmal Wertschöpfung für die Region und schafft natürlich auch Arbeitsplätze. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir die Arbeitsplätze in Niederösterreich haben und das in St. Pölten und nicht irgendwo ins Ausland verlagern. Warum haben Sie sich denn im Endeffekt für St. Pölten entschieden? St. Pölten war für uns immer schon ein wichtiger Standort. Und wir waren natürlich dabei und haben auch Überlegungen gemacht. Sollen wir in Osteuropa einen Standort machen oder sollten wir in St. Pölten weiter investieren? Wir haben uns entschieden, hier in St. Pölten zu bleiben. Wir haben da eine tolle Mannschaft, wir haben eine tolle Infrastruktur, wir haben eine tolle geografische Lage. Und wir bedienen sozusagen den europäischen Markt von Mütteradlberg. Und das können wir so in dieser Konstellation dann auch machen, wenn wir auch dementsprechend investiert haben. Und das haben wir dadurch auch gemacht. Das heißt, Profit steht jetzt nicht allein im Vordergrund, weil wahrscheinlich in einem östaropischen Land wäre möglicherweise mehr Profit möglich, oder? Das zum einen. Also wahrscheinlich würde auch in einem anderen Land mehr Profit erreichbar sein. Das haben wir auch sicher. Aber wir wollen ein nachhaltiges Unternehmen sein. Wir haben ja österreichische Wurzeln, wir haben einen österreichischen Eigentümer. Wir sind nur zu 100% ein österreichisches Unternehmen und auch eine Unfall für uns genau. Die Bauerei soll in Österreich ausgemacht werden. So ist es im letzten Jahr, ist der Radlberger und Ecker zusammengelegt worden? Führungstechnisch ja. Also wir haben beide noch zwei getrennte Firmen. Aber auch hier sind wir vor einer Situation, dass wir uns einen härteren Wettbewerb gegenüberstehen. Und da muss man gewisse Synergien einfach nutzen. Und wir haben beide Firmen an einem Standort. Daher war es logisch, dass wir gemeinsam in Hochregallager investiert haben. Dass wir die Führung unter einer Ecke gemacht haben. Dass wir die Logistik zusammengestellt haben. Und diese Faktoren werden uns auch in Zukunft wettbewerbsfähig machen. Und wir sind wieder gerade ein Schritt zu unseren Wettbewerbern voraus. Sie haben auch gesagt, Sie wollen die Region stärken. Sie beziehen ja auch aus Österreich vorwiegend, aus Österreich, Äpfel für Apfelsaftprodukte. Ganz, ganz wichtig. Wie im Bierbereich. Wir versuchen, all unsere Rohstoffe oder zur Grenze, so vieles als mögliches, aus Österreich zu beziehen. So ist es bei unseren Grenis, Apfelsaft gespritzt, notwendig. Dass wir sagen, jeder zweite Apfelsaft gespritzt, was in Österreich getrunken wird, kommt aus dem Hause Adlberger. Und dann war die logische Konsequenz, das muss mit österreichischen Äpfeln sein. Wir fördern österreichische Apfelbauern. Und daher ist es wieder schlüssiger, 100% österreichisches Produkt zu sein. Das heißt, woher kommen dann die Äpfel? Zu Österreich, also wir kaufen natürlich ganz österreichische Äpfel, die sollen einen gewissen Qualitätsstandard haben. Und ich beziehen aus der Steiermark aus Niederösterreich. Ich sage jetzt mal, Österreich ist Schwerpunkt. Sie benutzen ja auch Wasser aus St. Pölten. Das müssen Sie ein bisschen aufarbeiten, aufbereiten. Aber nicht deswegen, weil die Qualität schlecht wäre, sondern damit es eine kontinuierliche Qualität hat. Also für unsere Produkte ist einmal, der Hauptanteil von uns ist Wasser. Und wir brauchen hier beste Qualität von Wasser und die haben wir in St. Pölten. Also wir haben genügend Wasser vorhanden und wir haben beste Qualität Wasser. Trotzdem muss man dann für eine gleichbleibende, stabile Qualität für bestimmte Produkte das Wasser behandeln. Das heißt, wir nehmen den Härtegrade raus und ziehen dann je nach Produkt, geben wir die Härtegrade wieder zu, sodass wir eine stabile, gleichbleibende Qualität das Ganze anbieten können. Das macht uns in Wirklichkeit zu einem sehr hochwertigen Produkt und das das ganze Jahr. Sie brauchen nach dem Reinheitsgebot. Mittlerweile kommen auch schon Deutsche hierher, um ein bisschen zu schnuppern, was man hier macht in St. Pölten. Ist das tatsächlich so, warum kommen deutsche Firmen, Trauereien hierher? Reinheitsgebot ist ein klares Bekenntnis der Familie Ecker. Daran haben uns wir als Mitarbeiter natürlich auch zu halten. Und das heißt, in unserem Bier gibt es halt keine Stabilisatoren, keine künstlichen Aromen und so weiter. Also Hopfen, Wasser und Walz ist ein Grundgesetz in unseren Unternehmen. Und was betreffend deutschen Mitbewerbern betrifft, deutschen Getränkeproduzenten, die kommen und schauen sich unsere Investitionen an. Also wir sind einer der modernsten Braustätten in ganz Europa. Und die sagen, naja, jetzt schauen wir, was diese Österreicher da machen, wie die das aufgestellt haben. Da kommen wirklich namhafte Unternehmen zu uns. Und denen präsentieren wir natürlich mit Stolz, was wir da geschaffen haben. Sie produzieren ja auch für namhafte Unternehmen, ist das richtig? Also unser Philosophie ist einmal die Marke Ecker. Dann der zweite Standbein ist Handelsmarken. Also wir produzieren für das gesamte europäische Lebensmittelhandel, produzieren wir auch Handelsmarken und dann natürlich auch Lohnfüllungen. Diese drei Standbeine sind uns ganz, ganz wichtig. Und da füllen wir für sehr namhafte Unternehmen ab, die sich unserer modernsten Technologie bedienen. Wo wir sich Ecker in den nächsten zehn Jahren hinbewegen oder in den nächsten zehn Jahren entwickeln? Ja, das ist ein ständiger Entwicklungsprozess. Also wir dürfen uns nicht aufhören zu entwickeln. Wir sind jetzt nur deshalb so gut, weil wir uns tagtäglich verbessern wollen. Und Stillstand oder jetzt zu sagen, wir sind fit, dann sind wir morgen schon wieder nicht mehr fit. Und wir entwickeln uns tagtäglich und wir wollen natürlich auch in den nächsten Jahren auf Wachstum, auf gesundes Wachstum aufbauen. Und darum ist es wichtig, dass wir auch ansehen, was macht der Markt, was braucht der Markt und was stellen wir in Zukunft für den Markt her. 60 Millionen Invest, in welcher Zeit wird das wieder verdient? Kann man das sagen? Ja, also da gibt es bei uns natürlich ganz klare Regeln. Wir sollen bei uns unsere Investitionen in den sieben bis acht Jahren rückverdient haben, sonst ist es kein Geschäft. Herzlichen Dank. Freut mich, glaube ich.